Servus miteinander! Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Kingdom Come Deliverance. Ich wollte gerade, bevor die Aufnahme hier richtig beginnt, ein bisschen hier ein reich auf Vorderband bringen. Ganz vergessen, wo wir sind. Ganz vergessen, dass wir ein bisschen Bläsuren haben. Und ganz vergessen, was wir eigentlich machen sollen. Ne, weiß ich nicht. Wir sollten uns da vorsichtig reinbegeben. Da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Ich hab die Aufnahme gestartet, dachte mir, jawoll. Geht los. Geht auch los, aber alles als gedacht. Komplett aus dem Leben lösen. So was am Abend, der hier. Ein Sack Zwiebeln. Befehlsschreiben des Kustos. Oh. Ohne Schale Wurst. Offenbar hat ihn der Sarsauer Kustos hierher geschickt. Er sollte davon erfahren. Also ich war überhaupt mal gleich immer davon. Erstmal gucken. Erstmal gucken wir mal. Ich rede aus Sebastian von Berg. Das ist der, der die Klamotten bekommt. Wir auftragen hier immer die Waffenknecht. Pokesh und sein Männer, damit die Sarsauer wählen zu partagieren, um dort eigentlich eine Ahnung zu sagen. Aha. Ach, das habe ich ja auch gefordert vor ein paar Folgen. Die sollen hier mal aufräumen. Es geht der FBI aufzuschwören, als dann gültende Verfahren, die die Schriftstühle beschädigt werden. Ja, okay. Weiß klar. Nichts Verdächtiges für mich jetzt erst mal. Ähm, ja. Also hier haben wir nochmal, das ist gut. Hier haben wir nochmal einen Fels. Was? Was ist noch ein Toter? Was genau hier? Sonst bewegt sich nichts. Gut. So, es ist halt sehr mysteriös hier. Und das da? Eine Fülle. Hm. Erstmal oben, dann unten, oder? 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 So wie wir es gelernt haben. Schritt für Schritt, ab ins Glück. Oha. Gut. Ich nehme mal an, das sind, äh, ja, der hat sich gestern ausgedrückt. Schumann, Schaum, Schaumären, Schaum, äh, ich hab's vergessen. Leute, ich hab's vergessen. Bin komplett aus dem Leben gerissen gerade. Ich hab einen ganz anderen Start, äh, 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 ganz anderen Start erwartet. Ah, macht ja nix. Guck mal, der wandert hier auch schon rum. Das ist unser Zeichen. Ne, das ist es noch nicht. Wir gehen erst mal in die Hocke. Aber das sehe ich es gar nicht mal. Ah, jetzt gehen sie wieder weg. Kann ich die mit dem Pfeil wieder herholen, damit sie nachgucken, was da los ist? Du Heinrich, wie sieht's denn eigentlich aus mit dem Pfeil? Wie haben wir denn dabei? Ähm, 19. Ja, 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 das Wetter wird jetzt echt knapp, ne? Das wird sauknapp. Wir haben eigentlich keinen verschießen. Da ist er. Jetzt hier bloß den Treffern. Wie im Leben. Da oben ist nochmal ein Felsen, aber da kommen sie drauf. Und hier vielleicht auch, ne? Wenn sie hier ein bisschen glitschen, dann sind sie gleich an meinen Hacken dran. Also ich glaube, ich sehe einen. Ein Beinchen. Ein Beinpaar. Voll daneben. Aber vielleicht haben sie es gemerkt. Ja. Und ich habe sogar getroffen. Wo ist er? Wo ist er? Hallo? Hallo, Herr Chemiere. Schlag mal Alarm genau. Ist ja genau in dein Baum, ich glaube es nicht. Ich hoffe, ihr seht was, ne? Wäre jetzt echt sauweit weg. Oh, die Kappe. Oh, das war aber jetzt hier fast das Ohr mit abgeschossen. So, das hat er auf jeden Fall gespürt. Eieiei. Eigentlich, das war... Oh, oh. Oh, hörst du auf da oben? Ach, jetzt habe ich aber richtig verrissen. Okay, hau den Stein. Und der haut weg. Okay, der schießt nicht schlecht. Vielleicht wäre doch der andere eine bessere Entscheidung gewesen. Okay, den haben wir schon mal. Oh, der ist noch nahe dran. Eieiei, halt nicht. Den haben wir ganz anders eingeschätzt. Verdammt. Das war, das war, also, uns beiden Semis, muss ich dazugeben. Ja, der spannt viel schneller als ich. Oder? Na, jetzt hat er es versaut. Nein, nicht. Was ist mit unserem Ringstrahl? Wieso hat der jetzt ums Eck geschossen? Noch einer? Der Hase? Nee. Okay, das war nicht der glorreicheste Kampf. Wieder mal. Ist das spannender als der Faustkampf gerade eben? Äh, zuletzt meine ich. Ja. Ja. Trockenobst dürfen wir nicht nehmen. Und das hier nehmen wir noch. Auf jeden Fall. Wir müssen jetzt wieder Pfeile mit dem. Ich war immer so in dem... Im Hinterkopf habe ich immer gedacht, Mensch, wir haben so viele Pfeile schon. Die sind viel zu schwer. Pfeile, Pfeile, du kannst nichts mitnehmen, ne? Habe ich recht? Wir konnten nichts verkaufen, Freunde. Habe ich recht? Ja. Habe ich recht? Der Strohgut, kommt der noch rüber? Ja, der kommt noch rüber. Okay, das ist natürlich mies. Was brauchen wir denn mal? Was können wir denn mal... Bauen wir mal vielleicht ein Verband, ne? Können wir nicht. Können wir noch an den hier nehmen. Nein, nebenessen. Und dann schauen wir mal, der hat da vielleicht... ...was richtig cooles dabei hat. Wieso? Das können wir versperzen, wenn das da bleibt. Wir hauen noch ein bisschen die Sachen raus, die uns nicht so viel bringen. So, hier, äh... 190. Der da, der kommt weg. Ich bin schließlich, was war mir den denn dabei? Ist mir nicht. Gärten. Das, 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 das. Das Stroh, das, äh... Das Hemd, die kommt weg. Das kommt weg. Oh, das ist ja... Das hat ja keinen Wert. Wenn wir das verkaufen, dann kriegen wir 50, wenn überhaupt. Hier rein. Machen wir mal alles. So, die Groschen sind natürlich viel wert. So, siehste. Hier, Pebbles. Na, jetzt können wir doch wieder... Jetzt reden wir wieder miteinander, ne? Heeksama mit Dornen. Den hat man... Den hat man mal bei dem einen Unfall. Als er das erste Mal Richtung Sarsau geritten sind, glaube ich, haben wir den mal gefunden, ne? War das der? War das so ein... So ein Late-Game-Item? Sieht gar nicht gut aus. Wenn dir das stimmt, hast du recht. Der guckt wieder so nach oben, ne? Wie der eine, da vorne. Der erste, glaube ich. Wieso ist die Musik noch so? Das macht mich ganz, ganz wuschig. Fehlt mir gar nicht. Jaja. Ich erwarte jetzt noch einen Kampf. Vielleicht kommen sie gleich noch so einen Trupp wieder zurück, wenn ich mittendrin stehe. Dann müssen wir halt klettern. Ja gut. Nein, ich packe mal dieses Scheiß-Ding hier weg. Oh, wie ordentlich, ne? Die Kumanen. Schau mal. Sie ist schön ordentlich. Schön auseinandergezogen, ohne Knitter. Vorher vielleicht noch ausgeschüttelt. Richtig gut. Aber krass, dass zwei Leute, die jetzt... Die zwei Leute, die anderen lang gemacht haben, ne? Das waren dann doch nicht so krasse Typen. Die Kumanische Bogen. Soll ich die mal aufheben? Ist das ein Quest-Item? Ne, ne? Das ist einfach nur... Ja. Da oben wählt wieder ein Hund. Und ja, ja, genau. Wir sollten ja einen Schatz heben. Der wird wahrscheinlich in der Höhle sein, ne? Wenn mir dieses Spiel nett ist, wäre das in der Höhle. Falls man hier mit den Leuten nicht so klar kommt, und die einfach nicht platt bekommen, dann kann man den Quest wenigstens noch für Jahnke machen. Anders sollte ich vielleicht mal nachlesen. Ah. 1,8. Boah. Okay. Ganz schöner Batzen. Und der Dolch ist auch da. Ein wahrer Schatz. Ah ja, entscheiden. Ja, wir wollen ja den Quest schon irgendwie machen, ne? Also so nötig haben wir es jetzt mit dem Geld nicht. Passt schon. Wir schauen uns jetzt noch die Höhle an. Nochmal was zu öffnen. Schmeiz. Das verdirbt doch jeder, ne? Wenn wir das dabei haben. Okay, die Sachen zum Öffnen, ne? Kann man die irgendwie sehen? Also das kann man die irgendwie erkennen? Weil das sieht jetzt genauso aus. Ist es aber nichts. Da müsste man ja alles abfahren. Hier das auch. Muss man wissen, ne? Naja. Ah, hier hätten wir uns auch hinstellen können. Also das ist eine gute Arena für uns gewesen. Die hätten wir überall uns behaupten können. Und noch ein interessanter Ort. Ach Spie, jetzt wird es mir aber ärgern. Ah, wir konnten halt vorher nichts verkaufen. Weil mitten im Questen waren. Da will ich euch damit nicht ärgern. So, nur bleibt halt was liegen. Dann schmeißen wir wieder was. Hier, dich Fackeln. Ich weiß gar nicht, ob man Fackeln verbrauchen kann, ne? Weiß es wirklich nicht. Jetzt ärgere ich euch ja auch, indem wir hier schon wieder drin sind. Das war echt nicht böse gemeint. Ich will ja einfach nur mit dem Zeugs vorankommen. Vielleicht können wir was wegschmieden. Das ist das Letzte, was ich mache. Und sonst schmeiß ich halt die Sachen einfach raus. Mensch, die Musik, ne? Ob die sich mal entscheiden kann. So, geht nicht. Linker machen. Kannst du schon mal da rein. Was ist jetzt mit der Musik? Bloß, weil ich mich aufgeregt habe. Okay, was ist jetzt? Wenn ich? Ja. Ja, einfach reinhauen. Einfach die Scheiße durchhauen. So, 4.400. Ja gut, weil wir den Arndt, ähm, sein Geld gefunden haben. Und jetzt sind wir auch leicht genug wieder. Um voranzukommen. Wir müssen noch in die Höhle rein. Oh, Leute. Ja. Ne, ich lass liegen. Das hilft nix. Das hilft nix. Sonst bin ich hier morgen wieder beschäftigt oder muss schneiden. So. Fallen wir jetzt in die Höhle rein? Ne. Geht schon passend da unten, oder? Wird ja keiner auf uns warten. Das ist ja... Okay. Oh, ne Mine. Hab ich nicht gesagt, das war das letzte Mal Mine? Ist das denn Spinn, wie wir zum Mitnehmen? Gibt's hier ne Spielzacke? Auch nicht zum Mitnehmen. Wir gehen jetzt gerade aus. Okay. Ist es da, wo wir gerade waren? Ja, ne? Nein. Nein, ist es nicht. Da ist diesmal nix. Oh. Echt. Wenn nicht, machen wir uns nicht unglücklich. Ja, die macht wieder automatisch auf. Da kenne ich mich gar nicht aus, was ich damit machen soll, ne? Nehmt das jetzt alles mit. Und sonst? Eine Schatzkarte vielleicht noch? Ich meinte, das war doch jetzt nicht alles, oder? Ja. Das Spiel ist halt kein Jump'n'Run, ne? Das ist halt... Das ist halt echt... Ach. Hakelig ohne Ende. Wenn man zu stellen will, an die man vielleicht nicht hin soll. Jetzt ist die Vitalität wegsinnig schon mal hoch. Das Ganze rumgespringen hier. Ich glaube, eigentlich jetzt will es aber schon irgendwie wieder rausgehen, ne? Das geht jetzt aber nicht so. Okay. Dann gehen wir noch schnell da lang. Ich bin ja froh, dass es Federn waren. Ein bisschen leicht. Und da liegt jetzt noch ein Würfel für uns, oder? Das sieht mir wie eine Würfelstelle aus. Öffnen. Ach, da nicht. Schade. Da ist nochmal der Stachel. Krass. Voll dringend. Stachel nehmen wir mit. Der ist sauviel wert. Das kennen wir nämlich nicht. Das können wir uns auch sparen. Sind es zwei Sachen? Das edle Kurzemd ist ja schon überholt. Okay, jetzt haben wir ein klein wenig Überlastung. Und Goldring legen wir an. Und schon ist die Überlastung wieder weg. Und das war die Hürde. Miene. Sehr schön. Jetzt sind wir natürlich so voll und so voller Wertsachen, dass wir höchstwahrscheinlich angehalten werden. Um eine kleine Stichprobe über uns entgehen lassen zu müssen. Weil die örtliche Miliz wahrscheinlich was dagegen hat. Ja, nicht Miliz, ne? Die Banditen, ja. Aber hier hätte ich nie... Ich weiß nicht, ob ich hier mal entlang gegangen wäre. Ich mich kenne schon, aber ob ich das entdeckt hätte. Da oben ist noch... Ich wollte schon sagen. Das ist meine Markierung hier. Also mein Orientierungspunkt. Und wir haben da oben irgendwo ein Haus entdeckt. Hier, ne? Ganz grob. Da waren drei Leute und ein Hund. Da will ich nochmal hin. Das Haus war zu... Zu anziehend für mich. Und jetzt lesen wir nochmal kurz den Text. Was wir jetzt machen. Entscheide, wie du hinsichtlich des Schatzes verfährst. Was ist denn mit mir sicklos? Die nicht gut geloopt? Wo wartet der Typ auf uns? Ach, Mensch. Weil es gestern war, weiß ich es nicht mehr. Der hat gesagt, der hat noch was zu tun, ne? Und deswegen wartet der da und da. Der wird bei der Schenke sein. Ganz einfach. Leute, was würdet ihr jetzt machen? Das Geld behalten? Ich meine, das sind bloß 1.800. Klar, wir können es jetzt super gut gebrauchen. Wir könnten fast unser nächstes Bauvorhaben machen. Wahrscheinlich wäre das schlau, das Geld zu behalten, ne? Weil was kriegen wir dafür? Das wir es spenden. Ich glaube, nicht so viel, wie wir jetzt, ne? Und der weitere Questverlauf wird der wahrscheinlich auch dann von nicht abhängen. Ja. 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 Also ganz früh, als ich mit Rollenspielen angefangen habe, da war ich auch viel zu ehrlich. Und das hat sich meistens nicht ausgezahlt. Aber das ist lange her. Und die Spieleentwickler haben andere Möglichkeiten eingebaut. Man muss nicht immer gut, gut, gut sein. Da ist Schlange vorbei. Ja, aber ich bin jetzt... Ist halt so. Es ist halt so, wir geben es zurück. So, wie sahen der aus? Ach da, hier. Ach ja, der ist geschunden, ne? Die hauen es ihm aufs Entschlisch. Ich habe nach deinem Schatz gesucht. Und? Hattest du Erfolg? Na klar. Abel Pipovic. Gerne geschehen. Da war wirklich Geld. Und zwar eine ganze Menge. Und den Dolch fand ich auch. Als du meintest, dass du mit dem Geld etwas für das Gemeinwohl tun willst, was hattest du da im Sinn? Die heilige Jungfrau Maria erwählte Sasau als Ort ihrer Offenbarung. Daher sollst du das Geld in Sasau spenden. Ich spende es in meinem Rathaus. Beide Orte sind für mich bedeutsam. Und ich weiß, dass die Spende bei Vogt Haschek oder Pater Fabian besser aufgeholt ist als zum Beispiel im Sasauer Kloster. Ja. Die Krankenstube, in der Johanka arbeitet, nützt auch dem Gemeinwohl. Gewiss. Aber für die Finanzen der Krankenstube ist das Kloster zuständig, das in dieser Hinsicht nicht zu glänzen ist. Ja, verstehe ich auch wieder. Ich will aber nicht. Ja, ich will dem Kloster auch nicht helfen, ne? Aber Johanka will ich auch nicht helfen. Ich würde es jetzt dem Vogt eigentlich geben. Aber wenn die Krankenstube da richtig cool aussieht, ist das für mich belohnender. Als wenn der Vogt bekommt und dann sehen wir keine Veränderung. Das ist der da weg, aber man sieht halt nichts, was sich verbessert. Das Kloster könnte dein Geld in neue Baugehüste stecken. So meinte ich das nicht. Ach, voll. Wo verbessert? Dass ich als Stadtrat von Colleen Besitzstreitereien mit dem Kloster hatte. Und wegen deines persönlichen Grolls verweigerst du meinen Skarlitzer Nachbarn und Johanka die Hilfe? Denkst du wirklich, der Klostermeier wäre so knausrig, nichts abzugeben? Das Rathaus oder die Kirche wären mir lieber. Aber du hast wohl recht. Wenn es sein muss, kannst du das Geld dem Kloster spenden. Jetzt habe ich ja den Quest erfüllt, ne? Also, teilweise. Und ich habe nicht gelogen. Könnte ich denn jetzt immer noch das Geld klauen? Ich meine, ich könnte es ja jetzt einfach behalten. Ah, das würde man merken. Ah. Kann man vielleicht bei den Dürren irgendwie die Haarfarbe ändern? Ich habe jetzt, sag mal. Sag mal schnell. Ja. Ach, da steht jetzt wieder das Kloster. Ich will es im Kloster nicht kriegen. Ich will es Johanka in die Hand drücken. Johanka in die Hand drücken. Ach. Wie heftig der Wert sein muss. So in der Zeit, in der man um jeden Gorschen arbeitet. Und dann so eine Summe dann bekommt, ne? Kann man sich, glaube ich, so gar nicht vorstellen. Weil es war ja, gab es ja keine Lotterie oder so. Was zur Hölle? Die Möglichkeit, schnell irgendwie an Geld zu kommen. Jedenfalls die Idee. Ist ja nicht so, dass man eine Lotterie wirklich... Was ist hier los? Kerzen? Was bekommt? Das sieht ja aus wie ein Schein. Außer man ist einer von zehn Jahren. Ich bin schon gespannt, was Johanka dazu sagen wird. Was auch immer. Ja, okay, die kriegt ja schon Spenden. Guck mal. Heilige Frau Maria, voll der Gnaden, liebende Mutter Gottes. Kannst du dich vielleicht mal nicht so anschleichen und mich hier vor hinten anschauen? Anbieten? Da kenne ich mich nicht aus. Das ist Sudoku. Ey, jetzt ist hier aber mal Ruhe, Mensch. Ja, 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 Johanka, jetzt hast du aber was zu essen, ne? Johanka, ich habe hier... Ich darf es gar nicht Johanka geben. Ich gebe es aber Johanka. Ich versuche es jetzt Johanka zu geben. Ich gehe gar nicht ein, dass ich das jetzt irgendwie Dritten geben muss. Elias. Was ist denn jetzt schon wieder? Was habe ich denn getan? Dieser Pavel möchte, dass ich sein Geld für das Gemeinwohl spende. Was meinst du denn? Kannst du mir raten, wem ich es geben sollte? Die Krankenstube könnte das Geld sicher gut gebrauchen. Ja, ja. Aufgüsse gegen Fieber dienen zwar nicht unbedingt dem Gemeinwohl, aber sie sind unverzichtbar. Du willst, dass ich das Geld dir gebe? Nein, nein. Es gibt schon genug Klatsch darüber, wo ich Geld herbekomme. Der Klostermayer regelt für mich und Bruder Nicodemus alle Geldangelegenheiten. Pavel befürchtet, dass die Bauarbeiten am Kloster sein ganzes Spendengeld verschlingen könnten. Zum Glück konnte ich ihn umstimmen. Hab Dank, Heinrich. Der Klostermayer wird uns nicht übergehen. Das sehe ich nicht so. Wenn du nicht gut schlafen kannst, könnte ich dir einen Trank besorgen. Das wird leider nicht sein. Ach so. Bruder Nicodemus hat es schon versucht, doch vergebens. Oh, verstehe. Ich dachte, wir bekommen einen von ihr. Wie wäre es mit einem Schlaftrunk? So, hier. Wo kommen all die Sachen her, die draußen vor der Tür stehen? Die Leute besuchen mich und legen sie hier ab. Manchmal beten sie so. Ja, gerade gemerkt. Groschen, Speis und Trank. Alles Mögliche. Das, was sie erübrigen können. Manche zünden auch Kerzen an. Stinkt doch irgendwann. Warum tun sie das? Wie fragst du das? Scheint eine Art heilige Kult zu sein. Zu Ehren der Jungfrau. Viele von ihnen suchen auch meinen Rat. Fragen dies und das. Sind sich unsicher. Und Schlimmeres. Ich soll sie segnen. Jemand, der nach Beneschau reisen wollte, hat mich darum gebeten. Andere wollten, dass ich schwangere Frauen segne. Damit ihre Kinder gesund zur Welt kommen und ihnen nichts zustößt. Und ich befürchte, dass es immer mehr werden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Damit habe ich nicht gerechnet. Ah, es gefällt mir nicht, wohin das alles führt. Das stimmt. Aber ich will sie ja ein bisschen hängen lassen. Die Menschen respektieren dich und glauben dir. Sie sind dir wohlgesonnen. Ich denke schon. Ja, du machst das schon. Sei dir versichert. Ich würde nie jemanden segnen. Das wäre wahrlich keine gute Idee. Ganz sicher nicht. Doch, doch, doch. Das wäre gut. Ich bin schließlich nicht der Bischof. Segen einfach. Der würde für Wut kochen, wenn er das dann erfahren würde. Okay, gut. Das war jetzt genug mit dir. Jetzt geht das Geld halt einfach weg. Entschuldigung. Jetzt geht das Geld halt einfach weg. Gut, dann ist es halt so. Ah, Kloster Meier. Kloster Meier, Kloster Meier. Waschen. Sie ist so schlimm, was? Ist dir deswegen gemeckert? Wahrscheinlich, ne? Stachel 1 und Stachel 2. Dürfen wir nicht verwechseln. Das ist... Ja. Alles gut. Helfer? Ne, der ist nicht richtig. Hm. Ja, so ein bisschen Fame ist doch cool, oder? Also so. Da kann man ja... Da kann man ja vom Metzger das beste Stück und so. weitererwarten. Gelobt sei Jesus Christus. Oder ne Scheibe Gatewurst. Warten wir ja schon mal. Der ist schon wieder... Was ist der schon wieder? Ist es von damals noch? Als wir... In... Smola... Samo... Hä? Der... Also fast ein Stein auf den Kopf. Wie war es davon noch? Es war der junge Smola. Was? Auwe. Lange Leitung. Smola ist für all die Diebstähle und Mordversuche verantwortlich. Er wollte mich und Leschek töten. Und weiß Gott, wen sonst. Jesus Christus. Wo ist er jetzt? Er ist tot. Ich musste mich verteidigen. Meinst du, die Sache ist damit erledigt? Gib mir Geld. Sieht so aus. Leschek hat ihm geholfen, aber er ist tot. Also sollten die Dinge sich jetzt beruhigen. Gott sei Dank. Trotzdem werden wir das Kloster neu einsegnen müssen. Mhm. Richtig schön einsegnen wieder. Richtig schön aus und einsegnen. Ich will Johankas Krankenstube Geld zukommen lassen. Johanka, sagst du? Ja, die da unten. Ich möchte dich daran erinnern, dass die Krankenstube zum Kloster gehört und demnach keine Entscheidungsgewalt hat. Aber die Krankenstube wird natürlich von der Spende profitieren, wenn sonst keine Drangsal herrscht. Wer ist der Wohltäter? Das ist natürlich schlecht. Pavel von Kulin ist der Wohltäter. Ach ja? Ich hörte, dass er die Art und Weise missbilligt, wie wir mit dem Klosterbesitz verfahren. Weiß er über die Spende Bescheid? Ich überzeugte ihn davon, dass alle etwas von einer Spende für das Kloster hätten. Wirklich? Ja, es war keine gute Entscheidung gerade. Ich bin froh entscheidig. Aber nun gut. Wie viel gedenkt er denn zu spenden? Weiß ich nicht. Hat er nichts gesagt, ne? Spinnst du? Im Namen des gesamten Sasauer-Kloster ist das natürlich. Also gut. Wenn ich das nochmal spielen sollte, was ich nicht glaube, kriegt das Kloster trotzdem nichts. Das ist doch unerhört, oder? Unerhört! Erst sagen, hier kann ich versprechen, dass es überhaupt da hinkommt, falls nicht irgendwas anderes nötiger ist. Gut, dass er es sagt, aber trotzdem finde ich unverschön. Und dann noch sagen, dass es zu wenig ist. Oder nicht viel ist. So. Damit du es weißt. Reich halt. Nee. Nee. Wohnt sich gar nicht. Was? Müsst du das nicht automatisch gehen? Das war auch nicht leichter. Ja, okay. Gut, Freunde. Das war's. Für diese Folge. Ich weiß, das war jetzt eine relativ kurze Knacke. Ich habe jetzt aber... Ich muss jetzt verkaufen. Ich bin bis oben in voll. Hevels ist bis oben in voll. Und damit möchte ich euch jetzt nicht... Langweilen. Guck mal, wie schön er da steht. Guck mal, der hat sich da richtig schön ins Kreuz da... Positioniert. So, nehm ich. Wieso ist denn da offen? Habe ich da offen gelassen? Huch. Entschuldigung. Sorry. Okay, mit diesem schönen Gesicht... Aufgeweckt. Selbstbewusst. Und heroisch. Belassen wir diese Folge. Und ich freue mich, wenn ihr sechsmal wieder dabei seid. Servus.